Servus Michi, hier ist der Juri. Für Kitzbühel hat es leider nicht gereicht, aber es war eine sehr gute Erfahrung und ich hoffe, ich werde nächstes Jahr wieder die Chance dazu bekommen, in der Quali zu spielen. Oder vielleicht sogar Hauptfeld. Mal schauen. Meine nächsten Turniere sind nächste Woche Bratislava in Future und nach Bratislava werde ich mich für die US Open vorbereiten. Schöne Grüße an dich. Schöne Grüße nach Kitzbühel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ciao!